Guten Morgen, mein Name ist Jérôme Luling und jetzt lernen wir eine bessere Letze-Beiheis. Wir schauen uns ein Artikel auf rtl.lu an. Auto Motorsport International Formel 1, der große Preis für Spünje. Lewis Hamilton sichert sich sein hundertst Pole Position, das ist de Lewis Hamilton. Und das ist ein Artikel vom 9. Mai 2021, große Preis für Spünje, mit ganz vielen Fotos, die könnt ihr gucken, auf rtl.lu. Der Brit ist auf seiner Mercedes die sehrste Zeit geführt und hört sich für seinen großen Konkurrent Max Verstappen auf. Red Bull behauptet sich behaupten. Er ist die größte Zeit, Max. Die sehrste Zeit, sehr, rapide, le Krono, le plus rapide. Bei der vierte Kurs von der Saison an der Formel 1 hat sich ein Samstag durch die Lewis Hamilton Pole Position gesichert. Der Brit hat sich am Qualifying für den großen Preis für Spünje ganz knapp für den Max Verstappen auf Red Bull behauptet. Ganz knapp. Sehr, sehr, sehr. Für den Hamilton also die hundertste Pole, also eine Karriere. 2007 war der Brit für die erste Karte von der Pole aus an einen Formel 1 Kurs gehangen. Das sind auch 40 Jahre. Hier. Für den Verstappen, also beim großen Preis für Spünje, den ersten Start aus der ersten Reihe. Aus der zweiten Reihe starteten der sonderschöne Valtteri Bottas und der zweite Mercedes an den Charles Leclerc auf Ferrari. Und da haben wir dann auch einen Post auf Twitter. Ja, 100. Da ist der mega Superstar Lewis Hamilton. Der Leader Hamilton an der Versstappen trennen an der WM-Wertung aktuell nehmt acht Punkte. Also, oh, das ist aber knapp. Ja, der Engländer hört sich um Samstag sein zweites Pole an der vierte Kurs von der Saison gesichert. Und um enkel Qualifying, nur dem, das ist ein Dativ, kann er sich zunderschön auf einen ganz spannenden Kurs freuen. Sich freuen. On peut regarder ça avec beaucoup de joie. Et qu'est-ce qu'on peut regarder? Ein ganz spannendes Kurs. Kurs très excitant. Kurs vom grossen Preis für Spuénien geht sondag d'hommage um 15 Uhr um Circu de Barcelona, Catalonia gestart. Für 14, aber 19 und von 22 und könnt ihr auf RTL 2 an, am Livestream auf RTL.lu an, um RTL Play Live mit dabei zu sehen. Voilà. Machen wir noch das Resultat vom Qualifying. Wo ist dann... Oh, der Fernandu hat uns aus dem, du. An... Der Vettel, wo ist dann der Vettel? Oh man, auch nicht mit, du. So. Machen wir. Da guck dich das an, oder vielleicht du dir schon geguckt. Das ist mit letztem bisschen Kommentaren. Wen hat das geduert? So. Und das war es auch schon jetzt. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite Exerciz.lu Theorie dazu fand ihr auf Grammar.lu Der fand mich auch auf Facebook an, auf YouTube. Und danach, die bisher, mit denen ich die Sendungen immer präparieren, Verbentabellen, auf Letze, wo ich an 170 Witze, auf Letze, wo ich vielmals, merci für eure Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwün, au revoir. も aprovechar'n nicht noch ungefähr. Ich hab jetzt an das Gefühl für die Sendung. Und jetzt ist das, was wirっていう, was hier in Namib Association. mapping sich auch sehr gut.